Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Dust. Willkommen hier bei TDFLP. Heute Ding am Start. Ähm. Um ehrlich zu sein. Ich hab keine Ahnung, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind. Ich sehe sehr wild aus, ich weiß. Meine Haare und alles. Ich hab noch nicht geduscht. Ich bin gerade erst aufgestanden und dachte mir, Joa, nee, wir haben mal ne Folge auf. Aber ich weiß echt nicht, was wir machen müssen. Wo sind wir stehen geblieben? Ähm. Grubenheim. Okay, dann gehen wir einfach mal weiter nach rechts. Ich schnetzle mich ja immer alle weg, die Leute. Boah, ich hab hier gecountert, hab ich gebaut. Ah, letztes Mal haben wir da dieses, dieses, dieses Teil abgecheckt da unten. diesen, diesen Run. Diesen Timerun. Das haben wir doch auch schon gesehen, oder nicht? Kann er da skippen? Ich chill im Wald, Bro. Ah ja, okay, gut, dann waren wir da. Und dann... Ich soll Burgerbeister Bram in Aurora Bericht erstellen. Ja, machen wir das jetzt. Bruder. Los geht's. Meine... Fron... Please, let me know if you... I'll keep my eyes. Much appreciate. Okay. Stimmt, für den sollten wir irgendwelche Häute sammeln. Ist das der Meister? Haha, it's great to see you back, son. I knew you could do it. Erstmal früher, morgen. Ein wenig... Kakao. Did you confront their leader? Eipel-frischer Kakao. Er war genau, wo du sagst, er wäre. In Wahrheit, er scheint uns zu warten. Aha. Warten? Ja, der hat auf uns gewartet, der Peniskopf. Der war gar nicht penitieus. Innocence, he killed. Oh no, that could only be Denham village. Did you find any survivors? I'm sorry, Mayor Bram, but there were none. This creature that attacked the village, he was some kind of lizard. A lizard, do you say? Hmm, a moonblood perhaps. I wonder if Ginger would know anything about that. Ginger? Ginger? That girl up on the hill? Her family was killed almost a year ago in Zeplik village. A few days' journey to the north. General Gaius and his soldiers were looking for moonblood sympathizers. General Gaius? Do you know who he is? Not personally. His is not a name we utter here without proper cause. I've never seen him... Hello, guys. Welcome back. My game is just fucked up. I'm just going to go back here like a boss. And... And... I don't know what I'm gonna do. Stau... Stau to Stau. So, Bürgermeister Braben hat vorgeschlagen, dass du mit einer Jungen namens Ginger sprichst. Sie scheint mir über diese zu wissen, die Fuse erwähnt hat. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt zu Ginger Minja. Warum steht hier unten neu? Was ist denn hier neu? Ginger war die rothaarige, ne? Die, die unsere Sachen gemacht hat, oder nicht? Ich will gucken erstmal, was hier neu ist. Oder? Oh, I don't know. Fuck! I'm fucking confused. Ich geh mal hier hin. Ich glaube, die ist hier gewesen. Oh, da. Okay. Ich geh mal hier hoch in aller Ruhe. Nice. Hier. Alter. Nein, hier ist Hayley. Fuck! Ah, mein Lieblingsbewerber. Was kann ich für dich tun? So, let's talk. Need anything else? Thanks, Dad. Fuck! Wo müssen wir hin? Ich bin verwirrt. Das ist ja nicht so behindert, sowas. Wo ist diese junge Frau? God! I hate shit like that! Fuck! Das könnte kotzen. Die hat keine roten Haare. Die haben keine roten Haare. Die hat keine rote Haare. Der hat keine roten Haare, oder doch? Nee, keine Ahnung. Die hat eine roten Haare. Ich bin... Die hat eine roten Haare. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... ... Okay Oh, was ist passiert? Elefant alleine? Genau Wo zur Hölle ist dieser Ginger Bastard? Ist das Ginger? Yes! Oh, du wieder. Mayor Bram sagte, du hast bereits verlassen. Ja, er fragte uns, den Liedern dieser Monster zu stoppen. Es ist so, dass es ein Moons-Blood namens Fuse war. Er hat komplett verrückt. Fuse? Oh nein, er war die Monster zu stoppen. Hast du ihn? Natürlich. Genau Der ist schief. Er hat mich ein paar Dinge erzählt. Er hat mir gesagt, bevor er übersteht. Er versucht... Er war da, als meine Familie wurde. Ja. Er war abgehendet, um seine Menschen zurückzukommen. General Gaius hat die Stadt gebeten. Er hat es auf dem Boden gebeten. I'm sorry And why is that the last time I saw an outfit like yours was the day my family was murdered that outfit Calm your tits bitch One of guys's soldiers Perhaps but your friend is right you saved my village twice today guys and his soldiers would never do that if the only way to stop this war is to stop General Gaius Then I need to know where to find him His campaign continues to the north if you want to help right the wrongs of your kind you're free to join me My hair is so wet What the fuck Wait What are these things? Monsters What are these things? Monsters Monsters That's the last of them Ginger I'm... I'll be fine You should... Alright You shouldn't stay here Ginger it's too dangerous Head nor... Stay safe Dust We'll meet again at Roan Pass At the foot of the Blackmoor Mountains Huuuuhh Huuuuhh Hier war ich noch nicht oder? What's all this? These flags are a warning The air... The challenges and creatures... I think I've heard... Hey you're... Just little... Oh... Hier... This arena is a warning That's the arena warning... No... This arena warning... We're in our way... We're in our way... Aurora will be attacked? Yes, okay... It's funny It's funny it's funny... I see a lot of weird people... Ich bin einfach mal Stoltan runtergeflogen. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, aber ich gehe hier einfach mal lang. Wo sind die Gegner? Graviert. Oh! Oh! Kapitel 2! Darkness Falls! Okay. Zieh rum in die Höhle. I'm coming. Aber die Teile scheinen voll friedlich zu sein. Die chillen einfach nur. Die geben ein bisschen Licht. Ja klar, ein paar Sporen. Normal. Die sind gar nicht mehr friedlich. Die sind asozial. Alles auseinandernehmen. Oh! 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 Ich dachte gerade, ich bin tot. Aber dann doch nicht. Ich bin schon ganz hart. Ähm, erstmal Level Up. Bitches? Wir Leveln in Richtung... Ah, das kann ich nicht mehr Leveln. Ok, wir Leveln mit Gesundheit. Wo ist es wieder? HELL! Wo ist der Schatz, ihr Lappen? Das ist so nett! Boah! Ja, der ist hungrig! Das ist so nett! Easy peasy! Lemon squeezy! Die Monster sind auf jeden Fall cool, sie sind witzig! Mit ihren übergroßen Schnauzen! Einfach Button smashing! Booyah! Get rekt, motherfuckers! Ich weiß nicht, unten und oben, Leute. Ich bin immer so nervös. Ein Händler! Hallo Händler! Ich habe ihn nicht gekauft, aber es ist okay. Ich habe ihn nicht gekauft, aber es ist okay. Oh, hallo Kiste! Danke, danke, danke! Danke für die Geld! Und wir gehen immer weiter runter und runter! Und wir gehen immer weiter runter und runter! Oder nicht? Oh, eine Brezel! Eine warme Pretzel habe ich abgegeiert! Passend zum Oktoberfest! Oh! 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 Y'all! Ich werde ... ich werde verwirrt Konzentration ... Guys, höchste Konzentration ... lass mich in Ruhe, wir sind keine Freundinnen mehr! Nein, nein, nein Komme ich da hin? Nein Genau Ich weiß nicht, wo ich hin muss I'm so confused Ah, ich lebe so platform-jumping, so fucking great, like really, really great Hallo, por favor Wo ist das Ding hin? Da Wie kann ich das hier runter bezwiebeln? Alter Runter Nicht hoch Du Idiot Ja, ja, ja Ah, ah, gut, gut, gut Komm mit Nein, komm runter Oh, es hat gereicht, Gott sei Dank, Alter, so ne Scheiße Gleich erstmal abspeichern, die Kacke So, nachdem wir dieses überharte Rätsel gelöst haben Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Haut rein, ihr seid übelgeil